Ich begrüße Sie sehr herzlich zu Studio Elektra. Auch dieses Mal wird es um ein wichtiges Thema gehen. Es wird wieder versucht werden, aus einer Perspektive der Teilnahme an essentiellen Themen gewisse Überlegungen durchzuspielen, bestimmte Perspektiven einzunehmen, die vielleicht ungewöhnlich sind und sich auch durchaus trauen, Schlüsse zu ziehen aus Überlegungen, die vielleicht weiterführen und in dieser Eigenschaft vielleicht sogar ein bisschen ungewohnt sind und seltsam. Aber das ist eine Zumutung, die zur Idee gehört und in diesem Sinne stelle ich das diesmalige Thema vor. Das Thema ist die Erde selbst. Es geht um Nachrichten über die Erde selbst, Erkundungen über die Erde selbst. Die Erde ist ein sehr ungewöhnliches philosophisches Thema oder als philosophisches Thema eigentlich bisher gar nicht aufgefallen. Die Erde ist unter dem Theorietitel Geologie vielleicht behandelt worden oder vielleicht auch Kosmologie, aber unter der Philosophie eigentlich bisher nicht. Und hier gibt es also etwas nachzuholen und ich würde jetzt unter dem neuen Titel, philosophischen Titel Geosophie das eine oder andere über die Erde vorschlagsweise vortragen wollen. Meine Überlegungen gliedern sich in drei Teile. Der erste Teil dieser Geosophie beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Erde. Das klingt sehr allgemein, ist es aber nicht. Hier sind einige Dinge richtig zu stellen. Das zweite Thema beschäftigt sich mit der Frage der Energie. Das ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr zeitgenössisches Thema, ein drängendes Thema. Also mit dem Thema der Energie unter dem Stichwort Photosynthese. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Erde unter dem Titel Strahlungslehre. Strahlungsmetaphysik oder Radioästhetik ein außerordentlich brennendes Thema. Also wie bestimmte Vorfälle in der Gegenwart uns zeigen. Hier sind wir nicht genügend gewappnet, hier haben wir noch nicht genügend nachgedacht und das soll nun nachgeholt werden. Also Thema Nummer eins, das Verhältnis zwischen Mensch und Erde. Wir gehen davon aus, dass die Menschen auf der Erde sind. Wenn sie zur Welt kommen, dann kommen sie auf die Erdoberfläche. Sie werden dort von den Müttern abgelegt, auf der Erdoberfläche und sie kommen irgendwie raus. Sie kommen raus auf die Erde und sind draußen auf der Erde. Und so bezeichnen wir dieses Hiersein von uns Menschen auf der Erde als Existenz, also als eine Form des Draußenstehens. Wir haben eben dieses Verhältnis des Draußenstehenden oder vielleicht auch Außenstehenden zur Erde. Das ist auch noch mal sehr deutlich zu sehen in dem, was wir die Opposition zwischen Kultur und Natur nennen. Also die Kultur steht irgendwie außen zur Natur, ist etwas Außenstehendes im Verhältnis zur Natur. Also die Menschen und die Menschheit und die mit ihnen zusammenhängende Dinge sind irgendwie in diesem System draußen oder ihm äußerlich. Was ist das für ein Gedanke? Lässt sich dieser Gedanke überhaupt noch aufrechterhalten? Also unter den gegenwärtigen Bedingungen muss auf jeden Fall noch mal untersucht werden, analysiert und unter Umständen auch widerlegt. Denn wenn wir davon ausgehen, dass die Erde ein System ist und zwar ein System, das alle Lebewesen enthält, nämlich in einer Sphäre, die wir auch als Biosphäre bezeichnen, dann kann man eigentlich nicht mehr von einem Draußensein sprechen. Man müsste vielmehr von einem Drinnensein, von einer Insistenz, nicht von einer Existenz, von einer Insistenz des Menschlichen in diesem System ausgehen. Und das würde, glaube ich, unsere Vorstellungen von der Art und Weise, wie hier Erde und Mensch ineinander verflochten sind, verändern müssen. Das ist so etwas wie eine radikale Ökologie, wenn nicht eine radikale Ökosophie, die hier ansteht, zu denken. Und das wäre nun eines der wichtigen Prinzip in einer neuen Geosophie, dass wir denken, lernen oder uns versuchen, mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass wir in der Erde sind, dass wir im Erdsystem sind. Das zweite Thema unter dem Stichwort Geosophie ist das der Energie. Also es ist das der Frage, wie denn eigentlich die Erde mit Energie versorgt wird. Und da wird man jetzt einfach mal feststellen, und das ist etwas, was in der Biosphärenlehre vor 100 Jahren von so wichtigen Leuten wie Wladimir Vernatzky festgestellt worden war, dass nämlich die Erde zum großen Teil aus kosmischer Energie sich nährt. Dass also eine ganze Menge kosmischer Energie, eben Strahlungsenergie, der größte Teil ist Sonne, Sonnenlicht auf die Erde aufprallt, kann man vielleicht sagen, auf die Erde auftrifft. Und die Erde isst das, frisst das, verwertet das, nährt sich davon, die Erde nährt sich davon. Das heißt, die Erde selbst ist ein Akkumulator von kosmischer Energie und es gibt Wesen auf diesem Akkumulator von kosmischer Energie, die Technologien besitzen, wie sie diese Energie aufnehmen. Also wie sie sie verdauen, wie sie sie verwerten, wie sie sie in sich aufnehmen. Das heißt, wenn man die Erde betrachtet unter geosophischen Gesichtspunkten, wird man vor allen Dingen eines untersuchen, nämlich den Weg des Lichts. Die Pflanzen sind Lebewesen, die auf Photosynthese spezialisiert sind und man geht davon aus, dass die Pflanzen zu den ersten Organismen, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Ausformungen des pflanzlichen, gehören, die auf die Erde gekommen sind. Das heißt, die Pflanzen kommen auf die Erde, verwerten kosmische Energie, machen die Photosynthese und produzieren die Körper, die ersten Körper aus Licht und aus Erde, kann man sagen. Und in dem Moment, wo sie ihren Dienst vollendet haben, zerfallen sie. Es gibt dann so etwas wie ein Zerfallsprodukt dieser Wesen, die eigentlich zum großen Teil aus Licht bestehen. Und dieses Zerfallsprodukt dieser Lebewesen ist dann interessanterweise genau das, was die Biosphäre dann auch im Wesentlichen aufbaut, nämlich Erde. Also sozusagen die Erdschicht, die Erdschicht, die dann eigentlich die Biosphäre trägt. Das heißt, wenn wir jetzt also das Erdsystem geosophisch unter energetischem Gesichtspunkt betrachten, dann werden wir mehr oder weniger dazu neigen müssen, die Pflanzen als die höchsten Lebewesen anzuerkennen, die es in unserem System gibt, weil sie eben eigentlich die Philosophen unter den Wesen sind, nämlich die Photosynthetiker. Die Photosynthetiker, also diese Energie, von der es offenbar genug gibt, das ist auch eine wichtige These, die es zu bedenken gäbe. Es gibt genug Energie, also die Pflanzen verwerten diese Energie, von der es eben so viel gibt. Und ist es auch so, dass die Erde mehr oder weniger nur passiv genährt wird von dem Kosmos, der sie eben bescheint, was wie so ein zweiter Mond oder so etwas? Oder ist die Erde selber ein Lebewesen, die über eine Art von innerer Energiebilanz verfügt? Das bringt uns zu dem nächsten Thema, nämlich zur Frage, in welcher Sphäre leben wir, wenn wir in der Erde leben? Was ist die Erdsphäre? Ist sie nur ein Oberflächengeschehen, also das ich beschreiben kann sozusagen durch die Biosphärenlehre, durch die Photosynthetischen Ereignisse auf der Oberfläche? Oder kann ich noch etwas sagen über das, was tief im Inneren der Erde ist? Folgt das Erdgeschehen noch den Gesetzen sozusagen des Sphärischen, die ja bedeuten würde, dass im Inneren der Erde sozusagen die stärkste Kraft wäre, die sich sozusagen nach außen diffundiert? Also hat die Erde noch etwas anderes zu bieten für uns, was interessant ist als nur ihre Oberfläche? Und das dritte Thema, Stichwort Geosophie, ist die Frage nach der Strahlung, die unter Umständen auch angenommen werden müsste als etwas, die nicht nur auftrifft auf die Erde, sondern auch aus ihrem Inneren heraus nach außen trifft, nach außen drängt. Denn wie ist das denn? Also wenn die Erde eine Kugel ist, eine Energiekugel kann man ja eigentlich auch sagen. Also sie ist kein toter Stern. Wie könnte ein toter Stern es bewerkstelligen, dass auf ihm Lebewesen so zahlreich zu finden sind? Das kann nicht sein. Also die Erde ist ein Lebewesen und sie ist spezialisiert auf die Produktion weiterer Lebewesen. Also sie ist der körperproduzierende Körper. Die stabilisiert eine Art von Beziehung aller Körper untereinander und in Beziehung zu ihr selber. Also das Erdsystem ist eigentlich so etwas wie ein System der voneinander abhängigen Körper. Aber eben, wenn es ein lebendiges System ist, dann muss ja auch angenommen werden, dass die Erde innen, also wo man nicht hinsieht und wo auch bisher noch keiner das Loch tief genug gebohrt hat, vielleicht nicht einfach nur nichts ist oder nichts Totes ist oder ein alter Stein ist, der noch erinnert erdgeschichtlich an die Jugend der Erde. Aber natürlich, so wie es bei der Jugend ist, wenn sie mal vorbei ist, dann bleibt also nie nur ein verschrumpelter Kern übrig. Also wie ist das? Litosphäre, Beryllosphäre, sind das jetzt nun Tote oder einfach nur Elementarkerne der Erde oder welche Eigenschaft haben sie? Also wenn wir noch mal zurückgehen auf das, was eben Licht-Metaphysik ist, die Via Luzis, dann gehen wir davon aus, dass in der Mitte eines lebendigen Zusammenhangs, also der durchstrahlt ist von seinem Leben, in der Mitte die Strahlung am stärksten ist. Das würde für die Erde bedeuten, dass in der Erdmitte die stärkste Strahlung vorliegt. Insofern ist alles radioaktiv. Wir leben in einem radioaktiven Zusammenhang, also von mehr oder minder stark strahlenden Körpern, die sich ineinander synchronisieren. Und sehr stark strahlende Körper und schwach strahlende Körper sind natürlich nicht kompatibel. Das heißt, es muss etwas geben, so etwas wie eine Einschwingung der verschiedenartig strahlenden Körper aufeinander. Und der am stärksten, tendenziell am stärksten radioaktive Körper ist natürlich der Erdkörper selber. Radioaktiv heißt strahlende Körper. Und bestimmte Körper sind eben mehr oder weniger nicht in der Lage, die stärkere Strahlung unvermittelt auszuhalten, obwohl sie die Tendenz haben, selber ihre Strahlung zu erhöhen. Also wir müssen anfangen, jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen, wo es völlig ausgeschlossen sein wird, dass mehrere hunderte Atomkraftwerke gleichzeitig abgeschalten werden können auf der Erde oder dass das, was an Brennelementen in ihnen liegt, dass das in irgendeiner Weise abgesichert, entfernt werden kann und dass wir die Energieprobleme anders lösen werden. Uns damit abzufinden, dass wir als Parasiten der Erde von ihr dazu gebracht werden, diese Art von Strahlungserhöhung, die sie selbst natürlich auch anstrebt, weil sie auch ein Körper, ein radioaktiver Körper ist, diese Strahlungserhöhung kooperativ mit ihr zu leisten. Aber es bedeutet, dass wir uns anders wappnen müssen und dass wir anders denken lernen müssen über das, was der Weg des Lichtes ist, was der Weg des Lichtes heute ist, was heute Strahlung ist, was heute für uns das Strahlen der Körper ist und das sozusagen die Strahlungs-Synchronisation von Körpern. Hier haben wir eine dringende Aufgabe zu lösen, die umso wichtiger ist aus philosophischer Sicht, als wir nicht mehr die Opposition zwischen Natur und Kultur, zwischen Mensch und den Elementen der Erde aufrechterhalten können, wie wir es bisher versucht haben. Hier gilt es weiterzudenken. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020